x hallo und so und schau dabei wissen wir spielen eine runde oder vielleicht auch zwei minecraft bedwars auf komme ja natürlich mit mates weiß nicht ob das eine gute idee ist aber ich wollte jetzt auch nicht acht mal eins spielen wir acht mal eins ist auch doof ja cool baut doch mal hallo hallo ich habe fünf bronze ist ja fast so schlimm wie ein doll naja und und das ist wohl die behinderte hochbautaktik ich jemals gesehen habe ja wohin wollte jungs denn und top of sim ja gg kommt davon wenn man kein minecraft spielt und ja vielleicht sollte ich näher an mein mikro ran gehen die zeit her dass ich eben richtig pvp gespielt habe ja ich hoffe einfach mal um die urzeit sind jetzt nicht so die krassen pro player online ja einfach janik was jetzt hier kommst du nicht rein da steht der an der tisch stehe und der sagt ey du kommst du nicht rein mlg schade ich hätte fast mlg die zweite werden können ich glaube wenn die spaß bekommen wollen kann ja einfach mal hier anders machen können mal eine verknüpke sind ja ja das mal die seite zuvelop Polen betrachten dann haben wir schon mal ein bisschen geboren ich glaube ich glaube ich könnte das noch ein sehr guter oder wie immer in die schade ausfindet der t-maids nicht mit hoch können also das ifr-atmode betrachten können vielleicht benutze ich gleich das steckenpatch nicht mehr oder Ah, ich habe das am C-Export. Nehmen wir das. So. Aber ganz ohne ist ja auch irgendwo nah. Oh. Hi, mate. Didn't expect you were mate. Warum rede ich in letzter Zeit so viel Englisch? Hast du Englisch? Na doch, eigentlich nicht. Eigentlich ist Englisch voll die coole Sprache, weil da kann man irgendwie auch vor allem bei Let's Plays, habe ich bemerkt, viel mehr rüberbringen. Viel mehr Emotion, viel mehr Aufregung. Ich habe mir das mal bei ein paar englischen YouTubern angeguckt und es ist halt schon geiler. Warum bin ich? Äh, ist eigentlich gut. In England ist ja gerade ein bisschen Beef mit Brexit, ne? Gibt ja noch USA, aber wer mag schon Amis? Ja, nehme ich halt fucking Suizid mit, du kleiner Huren. Das habt ihr nicht von mir gehört. Ich habe einen pädagogisch... Nein, habe ich nicht. Ah. Das kommt erst mit den einem Billiarden-Millionen-Abos. Gigi. Ja, aber wenigstens ist es so halbwegs ausgeglichen, was es mit den Teams angeht. Also. Spring hier. Blau sind wir. Schön, dass mir das jetzt mal wieder auffällt. Das ist ein blauer. Ihr lasst euch auch einfach Suizid mitnehmen, ne? Wir spielen das Hochhaltespiel mit dir. Kennst du es schon? Einfach nicht? Nein, einfach nicht verkacken. Äh, Mann, das ist kacke, wenn man lange nicht mehr Minecraft gespielt hat. Ah ja. Seht ihr halt jetzt mal wieder Moops vom Feinsten. So. Ein Schwert. Was ich eh nie benutzen werde. So. Dann geht es auch schon wieder weiter. Ja gut. Ich meine, muss ich ja irgendwie, ne? Und auch irgendwie hat was YouTube gegen mich. Habe ich beim letzten Video bemerkt. Die Quali sieht scheiße aus. Ich habe alles versucht. Ich habe gegoogelt. Es geht nicht mehr. YouTube macht alles, was ich hochlade, richtig scheiße. Was kann ich dagegen tun? Was kam raus? Ja, also du solltest den Keyframe-Abstand höher machen. Und YouTube braucht das ja auch. Und das und das und das. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber ist ja erstmal egal, ne? Deshalb spiele ich auch gerade Bad Wars. Weil es hier auf jeden Fall geht, was das Coding anbietet. Und auch die Keyframe-Abstände. Was weiß ich nicht alles. Oh, ich habe es. Ich bin so ein Pro-Player. 2.481. Ha, mach's nach, Bitch. So. Wenn wir jetzt noch das Bett verlieren, dann ist mein Team einfach wieder Dumbass. Oh, you're not gonna knock me down. So. Einer fehlt noch. Der ist in der Mitte. Ne, das ist unser. Hä? Ja, ich habe mir ja schon 20-Jährige gebaut. Boah, sogar ohne Fall-Damage. Easy. Einfach nur ein Easy-Game. Nein, nein, nein. Du wirst mich nicht töten. Das wirst du dir ein. Was hat der Typ denn für Komplexe? Er will Menschen töten. Er will Minecraft-Mensch. That doesn't matter. Okay, ich habe ihn hoffentlich lang genug abgelenkt. Okay. GG, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder. So, da sind wir in der... Oh, lol. Zweiten Runde. Wer wollte nochmal... Er ist eh im Gegner-Team. Okay. Und wir haben einen Afkala. Super, ist der fast so... Was ist denn? Warum? Das sind 60 Sekunden, das... Wie schafft man sowas? Wie schafft man es in 60 Sekunden noch irgendwas so Wichtiges machen zu müssen? Vielleicht kommt der ja gleich. Vielleicht ist er... Pinkeln. Oder so. Murat musste mal auf die Toilette... Ja, okay. Er muss auf die Toilette. Er ist ja echt Murat. Oder Murat. Oder... Afti. Was auch immer. Jetzt fallen hier wieder die Vorurteile. Ach du Scheiße. Was mir in letzter Zeit irgendwie aufgefallen ist... Wir können es ja gleich mal machen. Er heißt einer Joli Crafter YouTube. Und es nennen sich viele irgendwie YouTube und bla und bli und blub hintendran. Auch LP sehe ich sehr, sehr oft. Und ich habe es auch schon mal ein paar Mal gemacht, dass ich dann einfach gefragt habe. Ja, ein Unique Skills. Geil. Run out of Blocks und Fall down. Und ich habe die dann auch teilweise schon gefragt, ob die wirklich einen YouTube-Kanal haben. Und zu 90% war die Antwort nein. Oder wenn ich halt selbst nachgeguckt habe, auch nein. Warum nennt man sich denn YouTube, wenn man nicht aktiv YouTube betreibt? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Das ist, als würde ich mich... Entei Dota nennen. Dota ist übrigens ein Spiel. Und halt noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie was von Dota gesehen haben. Ey, ich habe drei. Junge! Scheiß Antimates! Was haben die denn für Probleme? Ey. Wie Antimate kann man denn sein? Wie kann er es denn auch noch bekommen? Es ist einfach lächerlich. Da rennt man mit einer 20er Pink schon rum, ne? Da holt man sich eine bessere Internetleitung extra, damit einem nicht mehr das Gold gesteilt wird. Und dann so eine Scheiße. Alter. So, das habe ich auch mit viertes Gold. Lern rechnen und geh nochmal in die Grundschule und dann kannst du nochmal Bad Wars spielen, ne? Dann, dann glaube ich, hast du eine geistige Reife dafür erreicht. Geh weg! You're not gonna get my bad anyway! Ich sollte mich Unique Bow Shots nennen. Alter! 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 Get on my Aim-Bot! Hohoho! Das war aber richtig krass! Das war echt ein bisschen... Das sah schon komisch aus, glaube ich. Ich habe den jedes Mal über diesen Hügel hier getroffen. Ja, GG. Ja, GG. Wir nehmen natürlich... Ich höre keine Sounds. Ich höre keine Sounds. Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste! Entweder hasst mich Gomme oder Gomme leckt halt Hardcore. Ich kann ja mal die Szene einblenden, die ich gerade eben hatte. Also ich muss schon sagen, bei euch kann man perfekt in Runden joinen. Ja, läuft richtig gut auf eurem Server. Hallo! Ja, super, super. Super Server, super Schilder klicken, super alles. Komm, lass mich doch mal rein. Was... Was haben die denn für Probleme? Hier sind 5000 Leute drauf. Das war auch ganz geil. Übrigens ein geiler Schnipser, gell? Muss ich vielleicht doch... Den hab... Den überarbeite ich nochmal, ne? Mit der Magie der Nachbearbeitung habt ihr den nie so gehört, wie er wirklich war. Ja, komm, geh weg. Was bringen dir Eagle Skills, wenn du kein Gold hast? Hä, was ist denn los? Wollen die so das Bett rushen? Die sind halt echt richtig hart am Bett rushen. So. Cool, dass man nicht leise in der Treppe runtergehen kann. Die Größe gehen raus an meine gesamte Familie und mich selber. Äh... Ich... Ich seh halt schon wieder den Suizidmenschen über mir und mich Suizid mittrennen. Das mir mit dem Bogen vielleicht ein bisschen... Unworthy, möchte ich mal sagen. Was soll ich diese Kack-Plattform? Die bringt gar nichts. Oh... Easy, easy, Snipe, easy, easy. Man, die Runde soll nicht so lange dauern. Witzig aber. Ja, super. Jetzt dominieren ja auch noch die Mitte. Geh dich weg. Ja. Ich wünschte, ich könnte halt mal irgendwie so... Irgendwie in Leak halt so... Wow, alter. Eure Aim Skills sind auch over 9000. Must be higher than 9000. Oh, alter. Langsam wird der Vase so sehr, was ich hier teilweise zusammen snipe. Boah. Das war close. Oh, ho, 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 ho. Ei, ei, ei. Da bin ich zu gut. ja und jetzt ganz schnell weg ganz ganz schnell weg hohoho ei 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 wenn man das Team mal wieder carryen muss also eins ist klar ich gebe den kein Gold mehr zumindest nicht den Murat weil der geht mir hart auf den Sack ich hole mir lieber eine Rettungsplattform äh Rettungsplattform das ist toll ok braucht davon nix nö wenn dann muss ich noch mehr Eisen sammeln ich hole mir noch eine OP Spitzsacke aber ich gebe dem Team kein Gold hier kannst du haben vielleicht hätte ich mir auch ein Zweierbogen wollen sollen so viel wie ich damit arbeiten muss den Neid hä danke für scheiß Bronze oder was eigentlich ganz lustig dass ich mir das jetzt so angewünscht habe mit dem Bronze ich weiß gar nicht ob das wirklich so heißt ich finde das normalerweise halt irgendwie Bronze oder so die hat ein scheiß Eisenschwert ist halt dieser Mitte Camp die haben das mitbekommen onk let's slime you are my hero roll das leck alter eigentlich positiv für mich aber ich habe es halt vorher verkackt hä wir verlieren das noch ja geil ich habe einfach richtig one hit komm du gewinnst win for the recording wir folgen den jetzt noch ich bin mal gespannt ob der gewinnt oh der hat nur eine Spitzsacke der in der Mitte ist nein ich will raus aus dem F1 Modus 2 versus 1 not a very good position kann es nicht einfach Suizid begehen oh ja gut das wird wohl ein das wird ein Lost hä aber dieses kacke Eisenschwert eigentlich nur behindert dass ich es gefällt habe ähm mit meinem Dings ich drücke mich heute wieder sehr klar aus hier hier habe ich gefällt da wollte ich draufschlagen aber Goma hat mich nicht ich muss mir das nochmal angucken das sah komisch von beiden Seiten aus vor allem als er dann gelegt hat aber das was mich richtig aufregt auch richtig ist einfach ich springe hier lang und will den Suizid mitnehmen und werde einfach irgendwie in die Wand gedrückt ja wow versuch nochmal durch den Villager zu schießen oh genau ja ich hoffe euch hat es gefallen und ja ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder tschüss tschüss